So, 9-9 Schwieders. Demo. Minion Inge C66. So! Nee. Wie nee. So, okay. Rasierklinken unter der Arme. Das ist ein Mr. Krabs. T-Shirt, oder? Ah. Oh, das ist ein Mr. Krabs, oder? Ja, das sind wir kostümiert, oder? Ja, das ist halt so ein Spiel wie die Final Fight früher, also Super Nintendo. Schlagen, treten, nach dem hoch runterlaufen. Durch Stages. Und da bist du ja nicht Mütze. Ich bin ja nicht Mütze, oder? Keine Ahnung, wer den Schwein attacken kann, oder? Ich hab schon was später. Ja, das wird der Krabs glatt gemacht. Guck mal, so macht man ein Bier frei. Ich bin! Guck mal kein Bier raus. Wo, was? Guck mal kein Bier. Guck mal kein Bier. Guck mal kein Bier los. Guck mal ein Bier. Guck mal kein Bier. La- und da. Ne, das macht man nicht. Ja, man macht das Blatt. Niedern macht das Blatt. Der ist halt der Hammer! Achtung, dann steht noch, wenn getroffen wird. So, gibts hier gleich einen schönen Kartoffelsalat, dann geht's ab. Nehmen wir dann die Mülltonne. Kartoffelsalat und schönen Steak. Ab dem Mülltonnen. Ab dem Mülltonnen. So, schöne Teaker verkürzt. Da kann man die Rollstrahl holen. Erstmal einen schönen Tut angegett. Ich bin jetzt. Bist du ein Junge. Schön leckern Truntern. Ja, danke. Verbrenn dich noch, du Sack mit deiner Kacke, ey. Ey, da kommt der Adi. Der Held. Der Adi. Ne, das ist ja... Boah, ist das ja normal so. Wie heißt denn? George Michael ist das. George Michael, alles klar. So, das war ein 9-9 Spiel. So, da geht ab.